Ja, hallo, ich begrüße euch heute zum heutigen Challenge, der Sonnengruß. Leider scheint die Sonne nicht, aber ich befinde mich hier in einer luftigen Höhe und vielleicht kommt sie ja noch raus, wenn man richtig schön den Sonnengruß macht. Es gibt 108 verschiedene Sonnengrüße, also seid jetzt nicht vor Wort, wenn das jetzt nicht der Sonnengruß ist, den ihr bereits kennt. Jeder hat also seine eigene Arte entwickelt und ja, ich würde sagen, let it flow. Komm an den Anfang deiner Matte und komm in die Berghaltung. Nimm einen aufrechten Stand ein. Denk an die Druckpunkte an deinen Füßen, richte deine Wurbelsäule auf. Denk an den unsichtbaren Faden an deinem Hinterkopf und komm mit der nächsten Einatmung über die Seite, mit den Armen nach oben. Atme aus. Hände vor das Herz. Noch zweimal so. Atme aus. Bring die Arme über die Seite nach oben. Atme aus. Hände vor das Herz. Energie zentrieren. Letztes Mal so. Bring die Arme kraftvoll über die Seite nach oben. Atme ein. Atme aus. Komm in die ganze Vorbeuge. Atme ein. Ausfallschritt. Rechtes Bein vorne. Atme aus. Herabschauender Hund. Atme ein. Plank Position. Atme aus. Leg ab mit Länge oder über Knie, Brust und Kinn. Atme ein. Kobra. Atme aus. Herabschauender Hund. Atme aus. Linkes Bein vorne. Ausfallschritt. Atme ein. Ganze Vorbeuge. Atme aus. Komm über den Stuhl. Nach oben. Berghaltung. Das war die erste Runde. Weiter geht's. Atme ein. Arme nach oben. Atme aus. Ganze Vorbeuge. Atme ein. linkes Bein vorne. Atme aus. Herabschauender Hund. Atme ein. Plank. Atme aus. Leg ab über deine Variante. Atme ein. Kleine Kobra. Atme aus. Herabschauender Hund. Atme ein. Rechtes Bein vorne. Ausfallschritt. Atme aus. Ganze Vorbeuge. Atme ein. Über den Stuhl. Berghaltung. Atme aus. Hände vers Herz. Nächste Runde. Atme ein. Atme ein. Hände nach oben. Atme aus. Ganze Vorbeuge. Atme ein. Ausfallschritt. Rechtes Bein vorne. Atme aus. Herabschauender Hund. Atme ein. Plank. Atme aus. Leg ab. Mit Länge. Atme ein. Atme ein. Kleine Kobra. Atme aus. Herabschauender Hund. Atme ein. Linkes Bein vorne. Ausfallschritt. Atme aus. Ganze Vorbeuge. Atme ein. Herabschauender Hund. Berghaltung. Atme aus. Hände vers Herz. Noch einmal so. Atme ein. Arme kraftvoll über die Seite. Atme aus. Ganze Vorbeuge. Atme ein. Ausfallschritt. Linkes Bein vorne. Atme aus. Herabschauender Hund. Atme ein. Plank. Atme aus. Leg ab mit Länge. Atme ein. Kleine Kobra. Atme aus. Herabschauender Hund. Atme ein. Rechtes Bein vorne. Atme aus. Ganze Vorbeuge. Atme ein. Über den Stuhl nach oben. Berghaltung. Atme aus. Hände vers Herz. Nun noch dynamischer. Nun sage ich nur noch die verschiedenen Asanas an. Berghaltung. Ganze Vorbeuge. Ausfallschritt. Rechtes Bein vorne. Herabschauender Hund. Plank. Ablegen mit Länge. Kleine Kobra. Herabschauender Hund. Ausfallschritt. Linkes Bein vorne. Ganze Vorbeuge. Berghaltung. Herabschauender Hund. Hände vor das Herz. Berghaltung. Vorbeuge. Ausfallschritt. Links vorne. Herabschauender Hund. Plank. Leg ab mit Länge. Kleine Kobra. Herabschauender Hund. Rechtes Bein vorne. Ausfallschritt. Ganze Vorbeuge. Berghaltung. Hände vors Herz. Energie zentrieren. Noch eine Runde. Let it flow. Berghaltung. Vorbeuge. Ausfallschritt. Rechtes Bein vorne. Herabschauender Hund. Plank. Leg ab mit Länge. Kleine Kobra. Herabschauender Hund. Ausfallschritt. Linkes Bein vorne. Ganze Vorbeuge. Berghaltung. Hände vors Herz. Gib alles. Letzte Runde. Berghaltung. Vorbeuge. Ausfallschritt. Linkes Bein vorne. Herabschauender Hund. Plank. Leg ab mit Länge. Kobra. Herabschauender Hund. Ausfallschritt. Rechtes Bein vorne. Ganze Vorbeuge. Berghaltung. 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 Hände vors Herz. Energie zentrieren. Ja, wunderbar. Das war eine Runde Sonnengruß. Neig nur deinen Blick. Berühre mit dem Brustbein. Und spüre nun in diese intensive Übung. Gehe kraftvoll und gestärkt nach dieser energiebringenden Asana in deinen bevorstehenden Tag. Du kannst diese Einheit ganz alleine praktizieren oder aber du machst diese Sonnengrußeinheit vor einer längeren Sitzung, um warm zu werden. Oder aber wenn du einfach zwischendurch einen kleinen Energiekick brauchst. Ich wünsche dir einen kraftvollen, energiereichen und einen wunderbaren Tag. Namaste. Untertitelung des ZDF für funk, 2017